Du hast doch gesehen, wie Ladybug und Cat nur diese erstaunlichen Kräfte einsetzen, oder? Das verdanken sie diesen super coolen Miraculous. Und jetzt haltet eure Kwamis fest, denn wir verraten euch gleich, welche weiteren Miraculous es noch gibt. Die chinesische Miraculous-Schatulle. Diese Schönheit ist eine echte Legende. Im Inneren befinden sich diese magischen Schmuckstücke, die Miraculous genannt werden. Jedes Miraculous hat eine andere Kraft, das weiß jeder Miraculous-Fan. Doch nach der Primäre von zwei Specials erfahren wir, dass sich das Miraculous-Universum weder auf die chinesische Schatulle noch auf die Bösewichte beschränkt, die nur in Paris auftauchen. Und in diesem Video werden wir über andere bestätigte Miraculous sprechen und auch über einige Miraculous, deren Existenz sehr wahrscheinlich ist. Um mehr Details zu den anderen Miraculous zu erfahren, müssen wir zuerst das sehr Bekannte, das Chinesische, genauer untersuchen. Denn Theorien und andere bestätigte Informationen sind mit dieser Schatulle verbunden. In der Schatulle ist jede Schublade an einen bestimmten Besitzer gebunden und verändert sich je nach den Wünschen und Erwartungen ihres neuen Hüters. Ja, das wissen wir bereits. Aber was ist daran interessant? Bis auf sieben von ihnen sind alle anderen Miraculous mit chinesischen Tierkreiszeichen verbunden. Diese können aufgezählt werden als Ochse, Ratte, Schwein, Hund, Tiger und so weiter. In der Serie können die Charaktere auf drei verschiedene Arten eine Miraculous-Schatulle erhalten. Erstens durch die Ausbildung zum Wächter, wenn sie ein neuer Wächter werden. Zweitens kann sie gestohlen werden, wie es Hawk Moth tat, als er die Kiste von Meister Fu in Der Kampf der Miraculous Teil 1 stahl. Und die letzte Möglichkeit für einen Wächter eine Schatulle ohne den Einweihungstauber zu erhalten, besteht in einem Notfall. Aber wir wissen nicht, was passiert, wenn ein Wächter, der für die Miraculous-Schatulle verantwortlich ist, ohne Nachfolger stirbt. Wir sind auch nicht sicher, ob es möglich ist, dass zwei oder mehr Wächter eine Miraculous-Schatulle beschützen. Und wenn die Schatulle aus irgendeinem Grund nicht da ist oder unter bestimmten Bedingungen zerstört wird, ist unklar, ob der Wächter, der für sie zuständig war, noch ein Wächter ist oder nicht. Unsere traditionelle chinesische Schatulle hat insgesamt 19 Miraculous. Zu Beginn der Serie hatte sie ein himmlisches Design mit einer asiatisch-historischen Textur und einem Mechanismus, der alle verbleibenden Miraculous offenbart. In der Mitte die Miraculous von Ladybug und Cat Noir. Um sie herum befinden sich Pfau, Schmetterling, Fuchs, Biene, Schildkröte und andere mehr. Jeder Besitzer, wenn er für die Mission gebraucht wurde, bekam sein Miraculous über diese kleine Schatulle. Nachdem Marinette die neue Hüterin geworden war, wurden alle diese Motive geändert. Außerdem wurden sie in eine Miraculous-Schatulle von Ladybug umgewandelt, was die Verantwortung von Ladybug widerspiegelt. Bis dahin war eigentlich alles ganz normal, denn wir wussten so ziemlich alles, was wir wissen mussten. Es stellte sich jedoch heraus, dass es noch mehr Miraculous-Schatullen und natürlich Miraculous auf der ganzen Welt gibt. Nicht nur die Schatulle, sondern auch wichtige Juwelen, die ihren Besitzern verschiedene Kräfte verleihen, wurden uns in den neuen Specials Shanghai und New York gezeigt. Aber wir werden uns nur auf das New York-Special konzentrieren, da der Stein, den Fei im Shanghai-Special benutzt hatte, nur ein Juwel namens Predigious ist. Miraculous-Schatulle der amerikanischen Ureinwohner Natürlich ist die Miraculous-Schatulle der amerikanischen Ureinwohner ein Schmuckkästchen, genau wie die chinesische. Diese Schatulle ist derzeit im Besitz von Monk. Oh, wer ist Monk, fragst du? Er ist Mitglied des Ordens der Wächter und der Besitzer dieses Kästchens. Die Schatulle ist sechseckig, aus hellbraunem Holz und hat auf jeder Seite dunkle Knöpfe mit Tiersymbolen. Der Deckel hat ein dunkelbraunes Design mit dem Symbol des Wächterordens und indianischen Mustern. Sie enthält zwölf Schubladen, in denen weitere Miraculous aufbewahrt werden können. Das Kästchen hat eine obere Ebene mit einem in vier Abschnitte unterteilten Quadrat und einem Kreis in der Mitte. Jedes Feld enthält ein Miraculous-Tier. Wolf, Bär, Bison, Adler und Donnervogel. Die Farben und Symbole auf den Feldern variieren. Rot für den Adler, Schwarz für den Bären, Gelb für den Wolf, Weiß für den Bison und Türkis für den Donnervogel. Leider haben wir nicht allzu viele Informationen über die anderen Miraculous. Allerdings haben wir einen großen Hinweis. Auf der Grundlage des indianischen astrologischen Tierkreises können wir zum Beispiel eine Vermutung über andere Miraculous anstellen. Falke, Otter, Hirsch, Biber, Lachs, Specht, Rabe, Eule und Gans. Die einzige Ausnahme ist, dass das Schlangen-Miraculous auch im Tierkreis vorkommt. Aber sie befindet sich in der chinesischen Schatulle. Also ist sie nicht enthalten. Es ist auch wirklich bizarr, wie der Miraculous-Adler von der Schatulle getrennt wurde. Ein französischer Aristokrat und Militär, der an der Seite von George Washington im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg kämpfte, benutzte es. Aber wie kam er überhaupt in dessen Besitz? Das ist so seltsam. Es ist auch nicht bekannt, ob er von den Kräften des Juwels wusste, als er sein Hüter wurde, bevor es in ein Museum in New York gebracht wurde. Der Talon-Anhänger befindet sich derzeit im Besitz von Jessica Keens, die ihn benutzt, um sich in Eagle zu verwandeln. Und tatsächlich sind diese Tiere zusammen mit dem Miraculous Eagle in der Eröffnung des Miraculous New York Specials zu sehen. Interessant, nicht wahr? Das Interessante daran ist, dass wir nicht einmal wussten, dass es noch zwei weitere Miraculous-Schatullen gibt, obwohl sie uns bereits in Staffel 3 vorgestellt wurden. Ja, ihr habt es nicht falsch verstanden. In der Folge Fehler der Vergangenheit sehen wir zwei Miraculous-Schatullen, die vom Bösewicht verzerrt werden. Diese Schatullen sind rechteckig, wobei eine horizontal und die andere vertikal angeordnet ist. Die erste Schatulle hat rote Akzente, während die zweite gelbe Details aufweist. Sie taucht in der Rückbände von Meister Fu auf. Die Geschichte ist bereits bekannt. Das von ihm erschaffene Sentimonster, das er nicht führen konnte, hatte alles aufgefressen. Um den Bösewicht zu besiegen, hat Ladybug in der gleichen Folge einen interessanten Plan. Sie beschließen, sich von dem Sentimonster fressen zu lassen. Und wenn wir uns auf das Innere des Monsters konzentrieren, sehen wir diese beiden Miraculous-Schatullen um Cat Noir herum. Ist es nicht verrückt, dass keiner von Ladybug und Cat Noir diese Kästchen bemerkt hat? Vielleicht lag es daran, dass sie ganz anders aussehen als die anderen. Am Ende sind also zwei im Tempel, eine im Besitz von Marinette und die andere im Besitz des anderen Wächters, so dass es insgesamt vier bekannte Miraculous-Schatullen gibt. Nun sind wir mit diesen beiden Miraculous-Schatullen fertig und können zu den nächsten möglichen übergehen. Wie du weißt, haben wir Lady Butterfly, die in einem der kommenden Specials von Ladybug erscheinen sollte. Lady Butterfly ist ein dunkelhäutiges Mädchen mit geflochtenem Regenbogenhaar, das ein weißes Kostüm mit sechseckigen Mustern und schwarzen Accessoires trägt. Sie hat elektrische und natürliche Kräfte. Sie wurde für das Special Miraculous Rio bestätigt. Aber das Problem ist, dass Lila die Besitzerin des Miraculous des Schmetterlings ist. Ist es also möglich, dass es ein anderes Miraculous gibt, das dem Schmetterling sehr ähnlich ist? Ich habe nach Hinweisen gesucht, aber ich konnte keinen Hinweis finden, der auf die Möglichkeit einer neuen Schatulle hindeutet. Ein interessantes Detail ist, dass Lady Butterfly als Charakter aus Pixie Girl bestätigt wurde, die als Serie geplant war, aber es sieht so aus, als würde sie nicht erscheinen. Das könnte also bedeuten, dass Lady Butterfly eine andere Art von Kraftquelle hat, die sie dazu bringt, sich in eine Superhelde mit Schmetterlingsmotiv zu verwandeln. Es könnte also bedeuten, dass sie nicht unbedingt mit der Miraculous-Schatulle verbunden ist. Außerdem haben wir dank des aztekischen Horoskops bereits die Schatulle der amerikanischen Ureinwohner. Aber diese Geschichte ist für die anderen Länder anders. Ich werde mit Indien beginnen. Da Miraculous-Schatullen stark nach Horoskopen gestaltet sind, ist es möglich, dass wir die indische Miraculous-Schatulle haben. Das indische Horoskop ist das Horoskop, das wir heutzutage verwenden. Es umfasst Wilder, Krebs, Fische und so weiter. Und eigentlich wäre es wirklich cool, diese als Miraculous zu sehen. Was denkst du eigentlich? Könnte dies einer der beiden Miraculous-Schatullen sein? In der Serie hatten wir zwei Folgen, die den Hintergrund der Helden in Ägypten widerspiegeln. Der Pharao will seine verstorbene Prinzessin mithilfe altägyptischer Kräfte wieder zum Leben erwecken. Der Pharao glaubt, dass er 100 Mumien und ein Opfer mit reinem Herzen braucht, um seine Prinzessin zurückzubringen. In dieser Folge werden die ägyptischen Geschichten aber ein wenig verändert. In den echten Mythen war Tod der Gott des Wissens, nicht der Zeit. Sehmet war eine Kriegsgöttin, aber hier ist sie eine Zerstörerin. Horos ist ein Himmelsherrscher, bekommt Flügel, obwohl das nicht üblich war. Nur seine Mutter Isis hatte Flügel. In der Serie formen Mumien ein Ankh, ein ägyptisches Symbol, das Leben bedeutet, als der Pharao einen Zauber versucht, um Alja dem Sonnengott Ra zu opfern. Wir hatten also bereits eine kleine Einführung in die ägyptische Geschichte. Außerdem wurde uns in der gleichen Folge ägyptischer Papyrus gezeigt. Der alte Papyrus ist abgenutzt und mit Bildern und Symbolen bedeckt. Er zeigt, wie Pharao Tutanchamun, der erste, dem Sonnengott Ra mit 100 Mumien eine Frau opfern will, um seine Frau Prinzessin Noferetete mit Hilfe der Macht seines Zepters zurückzubringen. Aber Ladybug hat ihn damals aufgehalten. Nicht nur das, wir haben auch einen Hinweis aus den Comics. Der altegyptische Miraculous-Besitzer. Es ist nicht sicher, ob sie das Miraculous von Cat Noir oder ein anderes Miraculous hatten. Aber es sieht dem Miraculous von Cat Noir sehr ähnlich. Das Bild im Comic zeigt eine andere Person anstelle von Herakles, demjenigen auf der griechischen Keramik von vorher. Nach der Kleidung zu urteilen, die diese neue Person trägt, scheint es sich um einen Mann zu handeln. Denn Männer trugen zu dieser Zeit gewöhnlich kurze Röcke. Das deutet darauf hin, dass er aus dem alten Ägypten stammen könnte. Entweder aus dem alten oder dem mittleren Reich. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Ladybug und Cat während dieser Zeit mit verschiedenen Miraculous aus den verschiedenen Miraculous-Chateuen in Berührung gekommen sind. Und nun zum ägyptischen Horoskop. Nach diesem Horoskop haben wir Hapi, Amun-Ra, Mut, Kip, Osiris, Isis, Tod, Horus, Anubis, Bastet und Zekhmet. Dies sind alles Götter, die sich auf bestimmte Merkmale stützen. Zum Beispiel ist Amun-Ra der König der Götter. Mut ist die Muttergöttin. Okay Leute, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die verschiedenen Möglichkeiten der Miraculous zu sehen. Ich habe versucht, Theorien auf der Grundlage aller Horoskope der Welt zu erstellen. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Staffeln weitere Miraculous sehen werden. Was denkst du darüber? Bitte lass es mich in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Video wieder. Ciao.